Leute, ihr werdet nicht glauben, was wir heute machen werden. Ihr wisst ja, mittlerweile sind wir richtig gut in StumbleGuys und ich hab mir einen perfekten YouTuber für eine Challenge überlegt, den wir gleich herausfordern werden. Und zwar iCrymax. Was geht ab, Max? Was geht ab? Ich werd dich zerstören in StumbleGuys. Junge, Max, ich hab gesehen. Du bist voll der Noob in StumbleGuys, hab ich gesehen. Wow, was redest du da? Ja, Digga. Weißt du eigentlich, was wir heute machen, Leute? Denn wir werden heute um das besondere Mega-Angebot um 50 Euro spielen, Max. Der Verlierer muss dem anderen 50 Euro schenken und dann muss er das Mega-Angebot für den anderen kaufen. Bist du dabei, Bro? Ich bin dabei. Okay, Leute, wir machen jetzt insgesamt vier Runden und wer aus diesen vier Runden mindestens einen Sieg hat oder die meisten Siege, hat halt die Challenge gewonnen. Okay, kein Problem. Ja, okay, wir gehen rein. Jungle Roll, Jungle Roll. Okay, okay. Ich bin mal gespannt, Max. Alter, schau mal, wir beide mit unseren Special-Skins. Sieht richtig krass aus. Was hast du noch für einen Special-Skin? Oh! Ich bin hier der Goldene, hä? Der Goldene Käpt'n. Jetzt hab ich ihn erst gesehen. Du bist ja voll der Noob. Hast du alle Special-Skins, Digga? Nee, erst zwei. Okay, okay. Da haben wir schon mal einen kleinen Vorsprung. Bro, weil ich spiele erst seit gestern StumbleGuys. Ja, Leute, muss man auch sagen, Max ist ja ganz neu. Ist natürlich nur Spaß hier. Also... Aber erst mal direkt 200 Euro reingeprägt. Man kennt's, Leute. Macht das Ganze nicht nach. Wir machen es ja als Unterhaltung. Max ja natürlich auch. Und... Alter, Max... Digga, du bist richtig... Oha, du hast schon die Tricks und so drauf. Bro, Digga, was denkst du denn, wem du hier zockst? Oh mein Gott. Das ist der Ochi-Primex. Nein! Ich wollte dich boxen. Was passiert, wenn du mir so einen Box gibst? Ja, dann geb ich... Aber wie alle auf einem Haufen sind, hä? Ja, ja. Ja, dann geb ich dir so einen Box... So einen Knockout, Digga. Dann bist du auf dem Boden. Ja, ja. Woher hast du den im Haufen? Den aufhauen. Ja, aus dem StumblePass hab ich den. Oha, den brauch ich auch noch. Ja, den musst du dir auf jeden Fall holen. Ey, das wär jetzt ein bisschen assi gewesen. Leute, jetzt hätt ich Max da getroffen. Das war richtig assi. Oha, was für Bummis das hier sind. Ja, üble, ey. Okay, Leute. Wir warten mal, bis die alle fertig sind. Und dann gehen wir direkt in die nächste Runde rein. Wow. Super Slide. Bro, bro, bro. Ich bin der Wasserrutschen-König, Junge. Echt, da bin ich gar nicht gut, Junge. Ich liebe das, meine Lieblings-Map. Echt jetzt? Real Rap, ja. Nee, ich mag die Map gar nicht. Oh mein Gott, ich wurde erwischt. Ey, Leute, Max ist ein richtig guter Spieler in StumbleGuys. Digga, du bist richtig gut, Max. Ja, Bro. Sag jetzt... Was denkst du denn, was ich hier mache? Ja, weiß ich ja nicht, was du den ganzen Tag machst. GTA spielen, dachte ich. GTA. Und dann spiele ich StumbleGuys. Und dann spiele ich an mir selbst. Leute, nein. Oh mein Gott. Okay, ey. Ihr seht, Leute. Ey, Junge. Nee, aber das ist halt auch Real Rap, meine Lieblings-Map, Digga. Oh nein, ich bin hängen geblieben einmal. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh mein Gott, ich hab dich überholt am Ende. Nein, oh mein Gott. Aber egal. Einmal Max erster, einmal ich erster, Leute. Das, Alter, Digga, du bist... Was macht denn der Typ? Ich schaust auch gerade den Tiefen dazu. Jetzt Latanak. Ja. Leute, der Typ ist einfach am Ertrinken. Ey, Mann, ey, wir sind jetzt im Finale, ne? Ich würde mich jetzt anstrengen. Also manche Leute, manche Leute sind hier echt verloren. Okay. Max, es geht um 50 Euro, gell? Es geht ums Mega-Angebot. Ja, ja. Ja, ja, Digga. Ey, bitte. Ja, 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 ja. Oh, Lavalent. Oh, naja, ich hasse die, mein Pläger. Echt jetzt? Oh, die mag ich. Also mag ich gar nicht, mag ich gar nicht. Okay, okay. Weil man so rutscht auf den Boden hier. Ja, ist schwierig, ja. Das verläuft die anderen Mob-Mind da so runter, weißt du? Das ist ein bisschen blöd, das stimmt, ja. Wir machen ohne Boxen hier, okay? Oh, gut, du hast den Box-Emote ja nicht, ja, okay. Ich hab den gar nicht. Stimmt. Okay, ich mach auch nicht mit Boxen, das ist unfair. Ich mach auch ohne Boxen. Oh, du hast so Geldscheine kommen, wenn man rumläuft. Ja, ja, das sind so Fußabdrücke. Ich wusste gar nicht, dass es so Running-Emotes gibt. Ja, das gibt's. Du bist ja also der Stumble-Guys-Experte. Nö, ich bin kein Experte, aber ich spiele halt nur länger als du. Oh, Alter, war das knapp. Ey, hör auf, mich hier runterzumachen, ey. Ey, Max, Junge, hau mal ab jetzt. Max, geh weg. Ey. Wehe. Digga. Hallo. Ey. Ey. Ah, nein, 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 nein. Oh, nein. Bro, ich will rüber springen, der andere springt mir entgegen, wir bleiben so in der Luft hängen. Oh, mein Gott, ey. GG, Leute, das erste Game ging schon mal an mich, aber no joke, Leute. Respekt an Max. Ich hätte jetzt gedacht, ich spiele gegen Max, gewinne Haus hoch, aber Digga, du bist richtig gut, ohne Witz jetzt. Kuss, danke, Bro. Richtig nice, Digga. Ja, wenn Max jetzt noch ein paar Mal spielt, Leute, der macht uns die Konkurrenz, Alter. Okay, aber ich muss es noch kurz gewinnen. Ah, hast du, hast du. Ja, das haben wir. Okay. Strong, strong. Nice gespielt, Leute. 1 zu 0 für mich. Wir gehen rein in die nächste Runde. Es war extrem spannend und ich werde keinen Box im Mund benutzen. Leute, nächstes Game, Cannon Climb. Let's go, Max. So, was hast du für ein Skin jetzt drin? Ich habe jetzt so einen Clown an. Ah. Ja, ja, das ist auch ein cooler Skin. Nein, der ist... Oha, du läufst ja über den Block drüber. Ja, ja, der kannst so drüber springen. Das ist Trick 17. Mhm. Ich habe auch richtig viele Tipps und Tricks angeschaut, ey. Bist du da schneller, weil du die ganze Zeit so springst? Ähm, wenn du slidest, so nach vorne, bist du manchmal ein bisschen schneller, ja. Also nicht immer, es kommt immer drauf an, oh Gott. Ey, Bro, ich habe gestern meinen ersten Win geholt gehabt. Ja? Digger, da war einer vor mir. Ich bin dann aber gesprungen und bin quasi vor ihm noch ins Ziel rein, so. Und dann? Weil ich dadurch so schneller war, ja. Da habe ich halt gewonnen. Ja, weil du halt gesprungen bist, ne? Ja, das ist richtig krass. Er dachte, er hat safe gewonnen. Er läuft normal, aber ich springe so. Ich war so einen Meter hinter ihm und bin dann vor ihm ins Ziel reinkommen. Ja, das ist mir auch schon passiert. Das lohnt sich schon richtig. Ja. Okay, Leute, wir sind locker easy durchgekommen. Nächste... Oh, Blockdash. Oh, auch nice. Das ist ein cooles Game. Das ist ein gutes Game, ja. Also nicht einer meiner Lieblingsspiele, aber ist okay, ist okay. Komm schon. Oh. Haben wir hier das... Du kannst auch durch diese Blöcke, die kaputt sind, durchspringen, ne? Ja, okay, ja. Hey. War der Spaß. Rausberger. Ja. Leute, im echten Leben... Ey, das ist ja echt voll unfair, dass man einfach jemanden rumbringt. Ey, das ist voll OP der. Ja, das ist schon krass. Das ist einfach wie im echten Leben, Leute. Eigentlich ist es im echten Leben andersrum. Wenn wir uns immer sehen, ich schon Max, dann kriege ich immer aufs Maul. Aber egal. Was erzählst du da über mich? Doch, Digga, du schlägst mich. Guck mal, wie viele jetzt runterfliegen. Guck mal, wie viele jetzt runterfliegen. Hä? Lol. Die sind einfach... Digga, sind dumm. Bro, es sind anstatt acht zwölf rausgeflogen, ne? Alter. Wir sind schon im Finale jetzt. WTF. Und Finale. Schon wieder Lavaland. Ey, komm. Okay, okay, okay. Das wird doch... Ich bin der Lava-Experte. Nee, nee, nee. Du bist schon ein Lava-Logo bist du. Jaja, ich hab das ja auch als Ausbildung gemacht, Digga. Lava-Logie-Studie. Lava-Logie hab ich gemacht. So sieht es nämlich aus. Max geht richtig auf den Messer. Wenn man hier Leute umboxt, ist ja eigentlich voll unfair. Ja, ja, ist auch. Box den Fuchs mal um. Warte, ich boxe jetzt einen um. Warte, den Fuchs. Guck. Scheiße. Ja, Leute. Das ist richtig assi. Ich hab's jetzt nur mal gemacht, um das Max zu zeigen. Der ist wirklich raus wegen dir. Jaja, der ist raus. Das ist richtig assi. Das ist richtig schlimm. Okay. Aber der andere ist auch nicht schlecht. Du bist ja echt ein Gemeiner, ey. Weil das das erlaubt ist, der Emote, Bro. Jaja, der ist richtig assi, Digga. Hier. Ich muss weiten. Fall mal runter jetzt, Max. Nur noch mal runter, ey. Gönn doch mal. Na, Digga. Ich will gewinnen hier, Leute. Ey, ich hab erst voll wenig Wins, ey. Egal. Du bist aber immer besser. Ich hab erst zwei Wins. Oh. Jetzt sind wir gleich im Late Game. Oh mein Gott. Jetzt wird's richtig spannend. Gleich musst du auf diese anderen Steine drauf. Auf die andere Steine da drauf. Auf diese, du siehst gleich, die werden so grau. Pass auf gleich. Oh mein Gott, nur noch wir zwei. Ey, so weit bin ich noch nie hier gekommen. Jaja. Pass jetzt auf gleich. Ja, guck. Schnell auf die Steine. Schnell hier drauf. Immer höher. Komm, schnell. Genau. Ja, ja, ja. Komm, komm. Lol, Leute. Davor, Max. Nice. Oh nein. Wie weit wir gekommen sind, Digga. Hey, crazy. Okay, Spin go round. Let's go, Maximilian Pages. Ey, mein Dinger geht nicht. Mein Controller. Okay, jetzt. Spielst du mit Controller? Ja, ich spiel mit Controller. Du? Mit Maus, Tastatur. Ja, hab ich am Anfang auch. Spielen auch viele. Aber ich find, mit Controller bin ich besser. Digga, krass. Guck mal. Wir spielen einfach immer unterschiedlich so. Fortnite, du mit Maus, Tastatur, ich mit Controller. Und hier. Stimmt, ne? Aber, also, ist halt voll easy, Digga. Weißt du, also, du drückst ja nur W, A, S, D. Ja, aber ich find, irgendwie mit Controller kann ich so Spiele viel, viel besser. Weiß nicht, warum, aber. Jaja, ganz komisch. So, jetzt warten wir mal, bis Max kommt, Leute. Ich hab nämlich so, ich will mal kurz, ich muss mich hier kurz bisschen dehnen erstmal. Ey, das geht so nicht. Ich dachte, ich bin nicht erwisch. Junge, du hast so ein Glück jedes Mal, dass ich dich nicht treff. Oh, Mann. Schade dein Verhalten. Pain Splash. Kennst du die Map, ja, oder? Das ist schon gespielt. Äh, jaja, kenn ich. Okay, 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 Max. Da gibt's doch auch diesen Trick mit der Dingrolle. Ja, genau. Hier kann man außen hin. Ey, Junge, tschüche, bist du hier hingekommen? Tja. Ey, Leute, ich sag euch, der Max, ne? Ich bin Brixer. Der Max, der hat, jetzt ist er auch, jetzt ist er auch durchgefallen. Nein, ey, Bro, echt, manchmal ist man einfach zu, zu schnell. Ich warte jetzt, ich warte jetzt auf dich hier. Ah, nee, ich bin runtergefallen. Wo ist denn der jetzt? Oh mein Gott, du bist da vorne. Ich bin gerade nämlich runtergefallen. Du bist ein richtiger Pain Splasher. Du bist ein richtiger Läscher. Ey, weh, du kommst von mir ins Ziel. Ey. Max, dafür kackst du jetzt. Warum? Schade. Sag ich doch. Nein. Ey, Max, was geht? Ja. 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 Ey, wir sind schon wieder im Finale, Bro, ne? Leute, wir sind jetzt im Finale. Wer jetzt gewinnt, dann steht es 2 zu 1. Wir spielen ja bis 3. Der Erste, wo 3 hat. Oh, Jungle Roll. Oh, nee, ey. Oh, Mann. Aber da war es nicht schlecht. Ich würde sagen, wir sind circa gleich gut. Oh, nein. Ne, ne, ey, hier auf der Map, auf der Map meine ich so. Auf der Map? Also, wir waren vorhin so schon circa gleich im Ziel. Ja, schon, ja, schon. Bro, du bist safe. Viel, viel besser in Start-Over. Ja, ich spiele ja auch länger, aber du warst nicht schlecht auf der Map. Muss man dir lassen. Ich habe aber gerade voll den Anfängerfehler gemacht. Ich bin hier gerade, habe diesen Double-Jump gemacht und dann rutscht man hier von der Rolle runter. Ah, ja. Musste ich auch nicht. Guck, jetzt fällst du auch runter. Ey, ey! Ja, warte, ich warte. Ey, Digger, du keine... Ja, ich warte auf dich, komm. Schaffst du nicht den Strom? Digger, will ich schon wieder... Alter. Bro, wenn ich das jetzt, äh... Was? Es kann ja eh nur noch einer gewinnen. Es kann nur einer gewinnen. Komm mal her! Ich warte auf dich, komm her! Ich warte auf dich hier. Komm, lauf ins Ziel. Nein, komm, Digger, ich habe doch noch nicht gewonnen. Ah! Digger. Wenn du jetzt... Wenn du jetzt durch deinen Hochmut verlierst, ne? Dann kacke ich ab. Nein! Bro, Hochmut. Hochmut, Seville, Hochmut. Bro, ich hätte es nicht machen dürfen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, okay, 2-1 steht es. Alles gut. Lernt da draus, Leute. Lernt da draus. Leute, lernt gar nichts. Boxt um, was ihr könnt. Leute, es steht 2-1 für Max. Bis 3 geht's. Das war's jetzt für dich. Wenn jetzt Lake einem Rutsche kommt, ne? Dann ist es vorbei. Ja, wenn Rutsche kommt, hat Max gewonnen. Das ist no joke. Bei Rutsche bin ich schlecht, Leute. Ich fühle diese Wasserrutsche einfach. Nee, da bin ich schlecht. Weiß ich auch nicht. Okay. Konzentrieren, Leute. Wir lassen jetzt Max keine Chance mehr. So, ich bin jetzt hier im Helikopter. Junge, du musst spielen. Ey. Ich bin gerade im Helikopter. Ich kann jetzt nicht spielen. Komm aus dem Helikopter, Junge. Check, check. Officer Crynex unterwegs. Wie kannst du im Helikopter sein, wenn du gerade spielst? Ich spiele Stumbleguys in einem Helikopter. Er macht Video. Ich spiele Helikopter in Stumbleguys. Ey, du bist Erster, ne? Ja, normal. Helikopter ist immer gut. Digga. Das hört sich besser als dein normales Mikrofon an. Ey, du bist schon wieder vor mir, ne? Komm doch mal raus aus dem Ziel, wenn du kannst. Komm doch. Ja, ich komm raus aus dem Ziel. Ja, komm. GG, Max. Jetzt Hulk. Hulk spielt jetzt Stumbleguys. Leute, gegen Hulk ist auch kein Thema. Ey, kannst du mal bitte ins Ziel laufen, Servus. Ich bin schon da. Ich hoffe, dich zu warten hier die ganze Zeit. Ey, diese Stumble, Leute. Gott, Alter. Oh, Leute, wir sind ja bei Lasertracer. Mein Lieblingsspiel. Das ist übrigens mein Lieblingsspiel, Max. Ach. Ja, ja, das ist mein Lieblingsspiel. Ah, das dachte ich mir schon. Weil da bin ich gut bei dem Game. Du siehst auch schon so einer aus, ey. Nach so einem Lasertracer, ne? Du bist halt gut bei der Rutsche. Nee, wie ein Keck. Ey, beleidige mich du nicht als Keck, Junge. Was soll das, ey? Wenn du nicht leise bist, tue ich dich gleich boxen, gell? Also beruhig dich mal. Lol, schon durch. Wer hier boxst, ehrenlos. Jetzt kommen wir zum Finale. Okay, Finale Maximilian. Lost Temple. Yeah, yeah, yeah. Leute, hier müssen wir gewinnen jetzt. Ey, wenn du mich jetzt hier unboxst, ne? Nein, mach ich nicht. Ich brauche ich nicht. Rass dich aus, ey. Ach du Scheiße. Oh, du gehst da lang? Ist das andere kürzer oder was? Ja, ja, bei mir ist es kürzer. Hier links rum. Ah, shit. Ich kenne die Map noch nicht. Ja, Max ist... Ja, gut. Alter, oh mein Gott, hast du einen Vorsprung. Hat noch nicht alle Spiele gespielt, Leute. Aber ist gut für uns. Dann steht es, wenn ich das gewinne. 2 zu 2, Leute. Dann wird es richtig spannend gleich mal. Oh, komm schon. Komm schon. Ähm, na. Wo bist du, Max? Ich sehe dich gar nicht mehr, Junge. Oh, du bist ja so weit vorne. Das war's komplett. Ja. Ja, ich bin schon durch. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ey, ich freu mich so, wenn ich diesen Boxymode hab, ne? Ich hab halt den Sieg mit dir gespielt. Ja, ich bin mein Gott. Ey! Nein, das zählt nicht. Natürlich zählt das. Digga, ich spiele Revanche. Shit, ist 3-1 oder was? Ja, ist 3-1 fertig. Das ist, weil du immer so cool bist Und du willst immer trollen Ja, weil ich dich trollen wollte, Digga Ja, ich bin ein ähnlicher Verlierer Leute, Max hat gewonnen Wir sind Ehrenmänner Ich schicke jetzt Max kurz 50 Euro Und ihr seht dann bei Max, dass er das Ganze aufgeladen hat Ja, weil, weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt bei mir ein Pack-Opening, Joel Mit deinem Geld, was du mir schickst Ja, ich schicke dir jetzt gleich alles Geld Und dann machen wir bei Max jetzt gleich ein Pack-Opening Leute, ihr seht dann bei Max das Video Da hat er auf jeden Fall die Tokens In diesem Sinne, Leute, ich hab verloren Wenn ihr noch weitere Challenges mit Max sehen wollt, lasst ein Like da Checkt gerne Max in der Beschreibung ab Max, Revanche, gell, dann irgendwann mal Ja, 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 ja Also, Leute, haut rein, bis dann und tschüss, tschüss